Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Akasha mit dem Pixel und der Nachasi. Hallo. Guten Tag. Und ich bin im Bett. Ich komme gerade gelaufen. Achso, willst du auch mitpennen? Ja, ja. Cool. Ich bin so ein Penner, weißt du. Das ist awesome. Das ist magic. Spirit Fingers. So, da liegt er. Ja, ich liege, du stehst. Achso, ja. Äh, bad. So, ich wollte ein bisschen auf die Suche nach Clay gehen. Das ist ultra wichtig. Denn, oh Gott, wir haben echt viele Tiere zurzeit. Ja. Clay, Clay, Clay. Ist auch keiner. Hier ist bestimmt welcher. Gibt's ja gar nicht. Sind alle sehr abgefarmt hier, oder was? Wo denn? Achso, am Clay. Ja, das ist ziemlich, denke ich. Ah, hier ist Clay. Hm, hm, hm. Na, komm. Ist ja schön. Ey, friss die Ziege mein Clay, den ich abbau, ne? Ja, da musst du aufpassen, die musst du tot machen, weil die fressen alles, was rumliegt. Ich meine, der hat ja auch seine Vorteile, super, als ob ich ein Moffziege. Ganz großes Kino. Ja. So eine Sau. Dann kann der Mackie meckern. Kann der Mackie meckern, ne? War wahnsinnig witzig, war das. Ein Bulle. So, na gut, ich baue mal noch einen Koko. Ach, nee. Mensch. Die Weiber, das sind die, sag ich euch, die Weiber. Die machen euch. Fertig. Ja. Unterschreibe ich. Ach, ihr armen Männer. Ihr könntet mir fast leid tun, wenn ich kein Weib mehr. Okay. Ich verstehe. So, jetzt baue ich aber den Kokofen. Jetzt haben wir es. Kokofen. Lups. Eins, zwei, drei. Ach, was fehlt denn nur schon wieder? Jetzt haben wir wieder davon nicht genug. Ach, das ist doch... Das ist doch nicht die Möglichkeit. Was fehlt denn jetzt? Naja, mit Clay sieht es schon ein bisschen dünn aus, aber... Ich hoffe, dass ich das vielleicht trotzdem hier... Hier hinkriege. So. Clay, dann... Sandstone habe ich. Gut. Hm, 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 hm. 20. Gut, schau mal erst mal. Wie weit wir damit kommen. 20 so einen wunderschönen Plöcken. Ups. Und ich, ähm... Sind eigentlich auch doof, ne? Was denn? Vielleicht hat Diana mal Lust, das noch zu machen. Was denn? Ähm... Die Öfen in die Wand einzubauen. Weißt du, was ich meine? Ne. Ähm, die... Unten die Coke-Ofen und Blast-Firniss. Ups. Ach so, dass die verschieben. Also im Grunde. Hm, warte mal ganz kurz. Ich... Na mal schnell. Ach man, das reicht wieder nicht. Das ist der Clay, oder? Das mal vielleicht... Moment. Bist du da? Ne. Ach ne, du bist irgendwo... Du sammelst Clay? Ne, ich sammle Kohle. Weil doch Kohle gefehlt hat. Okay. Gut, wenn du natürlich gerade Kohle sammelst, dann ist kein Problem. Hm. Aber da werden wir einen kleinen Gang machen. Werden die einfach so in die Wände reinsetzen. Dass die da unten nicht den ganzen Raum voll... Weißt du? Hm. Dass es einfach ein bisschen schöner aussieht. Bisschen übersichtlich. Oh, Clay. Und alles eingesammelt. Ja. Hm. Hab ich da richtig gesehen. Was machst du schönes Pixel? Ich gucke gerade. Ich will... Ich hab mir belegt... Da das noch ein bisschen dauert, war ich einen größeren Furnace Generator. Gibt's so ein... Da braucht man diesen Multipli... Äh, da gibt's ja so ein Multipli... Multipli... Oder irgend sowas, ne? Exakt. Hab ich auch noch nie gebaut. Aber da ist nicht ohne, ne? Ne, ich seh's gerade. Also da... Aber das kriegen wir hin. Okay. Da hab ich denn jetzt vier. Das sollte jetzt aber reichen. Jetzt mal ohne Mist. Oh, alter Schwede. Ich brauch, äh... Sechs. Gut. Nicht vier. Hm. Ne, noch einen. Ich muss doch mal glatt gucken. Und wir... Ich wusste es doch. Muss ja schon mal einer übrig gewesen sein. So. Das, 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 das. Draufhauen. Reingehen. Ach so. Äh... Cola. Da die Hälfte. Hier einmal rein. So, wir haben schon mal zwei, die jetzt arbeiten. Das ist schon mal sehr gut. So, Steel haben wir auch wieder ein bisschen. Das heißt, wir können jetzt... Glaube ich zumindest. Hier die letzten machen. Vierens. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ach, nee, oder? Gut, davon... Dann brauchen wir noch ein bisschen Kupfer. Bam. 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 Einmal. Das sollte reichen. So, ich gehe rüber und baue die Raffinerie, ja? Falls jemand mitkommen möchte, oder? Nö. Nö? Nö? Interessiert dich nicht, nein? Richtig. So ein Fiesling. So, die Bombe natürlich hier unten, ja? Kann ich die Öfen nicht übereinander bauen? Geht auch. Weil das müsste ja plassen. Definitiv, ja, müsste auch gehen. So, warte mal, dann bauen wir die hier hin. So, unser schlaues Buch, unser schlaues Buch. Da haben wir es. Mh, Biodiesel, bla 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 bla. Raffinerie, genau. So, zwei, fünf Blöcke wird das gute Stück breit. Warte, wo sind jetzt die Casings? Oh, nee. Ist doch nicht mehr der Dank. Warte, dann nehme ich gleich noch Strom mit. Fünf Stück. Elektrum. Okay. Blöde Frage, haben wir schon QED? Was ist das? Nein, haben wir nicht. Nein! Musst du bauen. Was ist das? Das ist dieses, was immer einen anderen Namen hat, wenn du drauf guckst. Quantum Entangled Device, ja, und so weiter und so fort. Ah, okay. Das ist von Ender I.O., glaube ich. Ach so. Was macht das? Damit kann ich, warte, das ist von, nee, das ist von Experimentalities natürlich. Das ist, äh, um die, das Ding zu bauen, was ich brauche. Warte mal, wie heißt's, ähm, dieses Upgrade, um die Furnace zu, zusammenzufügen. Ach so. Transfer irgendwas gedöns. Okay. Aber egal, das krieg ich hin. Ich glaube, dass es so war. Mit was muss ich denn jetzt draufkloppen? Ist der Hammer irgendwo? Oder hast du den, Pino? Äh, ich hab den, aber guck mal oben, wo die Werkzeuge hängen, ob da noch einer ist. War das jetzt so? Nicht ganz. Wuhu! Raffinerie steht, Leute. Party hard! Jetzt fall der Bitches. So, sehr cool. Raffinerie steht. So, jetzt brauchen wir hier ein bisschen Strom. An dem guten Stück. Und das machen wir jetzt als nächstes. Also, das QED kann ich erstmal noch nicht bauen. Reicht nicht. Dann baue ich lieber die Furnace ist erstmal hier hin. Strom, Strom, Strom. So. Müssten wir eigentlich hier Strom haben. Yeah! Raffinerie hat auch Strom. Oh Gott. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, wir haben in unserer lieben Raffinerie drei Eingänge insgesamt. Da müssen wir einmal das Blendöl, einmal das Ethanol einführen und können natürlich dann den Biofuel herausbekommen. So. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz schauen, mit welchen Pipes macht man das? Oder wollen wir das machen? Am besten. Einfach nur den Fluid Conduitz oder? Ja, denke ich. Fluiducts Item. Äh, von Ender.io oder was? Ja. Ok, ok, ok. So. Na, dann wollen wir mal schauen, ob es gut geht. Ja, das läuft jetzt schon richtig schnell hier mit drei von den Dingern. Aber, äh, noch eine andere Frage, der hat ja links, rechts und vorn, links und rechts kam das Zeugs rein und vorn das Endprodukt raus, ne? War das so? Ja. Ich glaube schon. Äh, ich glaube ja. Oh, hier geht's schon los. Ah ja, wird schon befüllt. Nice. Ah, das ist jetzt blöd. Muss ich natürlich mal schauen. Muss ich das jetzt am dümmsten da rüberbringen. Das ist ja blöd. Dann mach ich das anders. Hm. Hm. Hä, wo ist mein Crescent Hammer hier? Hm. Du verbindest dich bitte hier nicht. Na, komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. So, dann komm ich mal zu dir, guck mal was du machst. Überprüf mal, ob du es auch richtig machst. Ja, ich überleg gerade selber noch. Das funktioniert, der Eingang ist egal. Wir produzieren übrigens schon Biodiesel, ne? Nicht, dass du frierst. Nicht, dass du frierst. Scheiße. Ja, den hast du ein bisschen nicht so gut hingestellt, ne? Das denkst du. Baut es mal ab. Brauch noch Fluid Conduits. Das bräuchtest du nicht, wenn du ihn richtig hingestellt hättest. Bist du so? Wie bin ich denn? Mein. Ganz lieb und freundlich und liebensgewürzig. Ein bisschen mein. Nein. Doch. Guck. Das geht auch so, oder? Ist nicht schön, ne? Aber selbst. Oh, ne, nicht schön, freundlich ist schön. Ne. Hättest du ihn dann hingestellt? Also quer. Ja, er hätte ihn quer gestellt. Ach schon. Okay. Baut ihn ab und baut ihn neu hin. Aber dann ist der Kram, der drin ist weg, oder? Mh. Könnte sein, ja. Ja. Ich warte mal. Mach einen Liefer dran, dass er nicht produziert. Ups. Was? Ich will jetzt erstmal ein Dings. Äh, ein Fass. Ich hab halt gedacht, den Motor dann hier gegenüber stellen, weißt du? Ja, die Idee ist gut, aber den. Weil es ja kein Platz. Naja, doch. Naja, gut, wenn man quer stellen, dann davon nimmt man. Ja, das geht natürlich auch. Außerdem betreibt man Motoren normalerweise nicht in geschlossenen Räumen. Du weißt warum. Ja, ich bin das super schlau. Wir haben aber hier belüftet. Genau, ich habe extra Lüftung schlägt eingebaut. Hallo? Gucken Sie mal. Ja, ist ja gut. Ich hab mit gedacht. Mhm. So sieht's aus. Mhm. Haben wir noch eine leere Drum, oder? Haben wir nicht, aber wir bräuchten ja eigentlich nur zwei. Wir bräuchten ja eigentlich nur noch zwei Kabel, dann würde das ja gehen. Naja, du wirst halt umbauen, ich weiß. Ja. Mhm. Ähm. Meine Ästhetik entspricht das nicht. Dann werde ich hier schon mal die Kabel weg machen. So. So. Was willst du denn jetzt rausholen, den Biodiesel, oder was? Den wollte ich ja eigentlich rausholen, ja. Kannst du ja auch mit Buckets rausholen, zum Beispiel, oder irgendwas, ne? Ja. Stimmt, das sind nur zwölf Buckets, ne? Mhm. Ja. Ja. Ich hol mal schnell noch mal Buckets. Wie lang brauchst du denn noch? So lange, bis es fertig ist. Sag mal. Äh. Ich brauche noch fünf Buckets, warte. Uns ist langweilig. Benimm dich. Langweilig. Wann sind wir da? Ja, zwölf Buckets. Kommens. Okay. Na dann mach, Mutter. Wird aber auch Zeit, ne? Sag ich dir. Ihr seid so fies. Hast du es ausgemacht? Da ist kein Lieber dran. Nee, ich habe ja gedacht, den bringst du mit. Ich hole einen Lieber. Warum nur? Warum nur? Warum nur? Warum nur? Jetzt ist auch egal. Gebautet. Noch nicht rausziehen, ne? Mit den Buggles. Ja, ist schon zu spät. Nee, warum machst du das? Ach, Mann. Jetzt will ich jetzt mal gucken, wie das gebaut wird, das Ding. Ich kann es aus dem Kopf. Komm, reiß ab. Ich baue ihn neu hin und falsch ist die Laube. Blub, 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 blub. Zack, zack, zack. So, war der Quer, haben wir gesagt, ne? 5 ist es. Wie breit ist der Quatsch hier? Äh, 7. Passt, ja. Ja, passt immer. Könnt ihr mir die anderen Blöcke noch geben? Äh, hast du gekriegt von mir? Ich hab's alle zugeworfen. Oh, cool. Und? Passt nicht. Warum nicht? Äh, keine Ahnung. Da in der Mitte, oben? Nee. Warte. I'm looking in the book. Müsste aber passen. Hm. Jetzt hör' ich auf. Müsste passen. Ah, okay. Passt auch. Äh. Und? Das ist das. Ja, ja. Auch, das ist alles. Wenn ich's sehe, muss ich was konzentriert. Ja, ja, das ist alles so. Ja, ja. Ja, ja. Und ist das so. Das ist das so, dass es auch schön aussieht. so guck mal toll oder wir produzieren nichts weil ich muss noch den stromfix anknütteln moment letzter akt für heute moment kann man eine dem werwolf da draußen sagen dass es nach 22 uhr ist aber irgendwas knurrt hier das finde ich nicht gut wir produzieren wir produzieren super ja sehr sehr geil leute bio diesel kein super das war es mal gewesen vielen dank fürs zuschauen lasst das däumchen an wenn es euch gefallen hat schon die video beschreibung dort findet ihr pixel nach sie und wir sehen uns natürlich in der nächsten folge wieder bis dahin wir sind erst mal raus tschüss tschau tschau tschau